Hey Leute, bevor nachher nicht mehr alle in der Lage sind, ein Video anzuschauen oder es zu verarbeiten, möchte ich jetzt noch die Chance nutzen, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 zu wünschen und möchte mich auf dem Weg auch bei euch für euren Support bedanken. Wir haben viele neue Abonnenten dazu bekommen, viel Watchtime, tolle Videos produziert, tolle Streams auch gehabt, die wirklich mega Spaß gemacht haben. Es gibt jetzt schon eine tolle Community, also da nochmal von meiner Seite wirklich vielen Dank für. Ich freue mich jetzt schon auf das neue 2022 in Sachen Fortnite, glaube ich, kommt da einiges auf uns zu und ich freue mich einfach drauf, das mit euch erleben zu dürfen. Also insofern euch und euren Familien einen guten Rutsch, feiert schön und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ciao, ciao.